So vielfältig ist Baden-Württemberg. Ähnlich wie im Bundesdurchschnitt wird auch die Gesellschaft in Baden-Württemberg älter. Das Durchschnittsalter im Jahr 2015 betrug 43,2 Jahre. Das ist im Übrigen auch das durchschnittliche Alter in der Arbeitswelt. In Baden-Württemberg haben sogar 27,1 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einen Migrationshintergrund. Nur in Hamburg, Bremen und Hessen ist dieser Anteil höher. 8,5 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg haben eine Behinderung. Über 221.000 Menschen arbeiten im öffentlichen Dienst in Kommunen. 63 Prozent davon sind Frauen. Jeder Vierte hier ist 55 Jahre oder älter und die Teilzeitbeschäftigung ist in den letzten 20 Jahren stark gestiegen. Sie lag im Jahr 2000 bei 34 Prozent, im Jahr 2014 bei 41 Prozent. Damit sind in diesem Bereich mehr Teilzeitbeschäftigt als im landesweiten Jahresdurchschnitt, der bei etwa 30 Prozent liegt.